ja hallo und herzlich willkommen zurück bei airborne kingdom nachdem wir in der letzten folge einen kleinen blackout hatten geht es nun heute richtung osten also sozusagen der aufbruch in den osten hier diese folge ich hoffe wir kommen mit lebensmitteln und wasser und allem was wir haben weit genug wir fliegen jetzt einfach mal drauf los erst mal in den osten beidrehen so eine eigentlich in den nordosten ein bisschen hier auf diese große insel mal schauen was da los ist zwischendrin nehmen wir mit was verkriegen können an materialien allzu schnell bin ich doch freilich noch nicht weil ich das nicht aus erforscht habe sonst auch von kleiner kleinen siedlung aufhalten die müssten wir eigentlich schon abgearbeitet haben sogar kommen kommen ja bei den ressourcen außerhalb der reichweite langsam by the way vielleicht für euch auch interessant dass airborne kingdom seit release schon weiterentwickelt worden ist und dass viele sachen in planung sind die bald mal kommen sollen oder irgendwann mal kommen sollen wie zum beispiel ein kreativ modus wenn da genug ankündigungen und vielleicht auch ein bisschen bildmaterial zusammengekommen ist dann würde ich vielleicht noch mal ein airborne kinder special informations video produzieren lasst mich doch mal wissen bitte ob ihr daran interesse hättet ein unbekanntes königreich das weckt mein interesse die linke gut 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 Leer, da war ich schon mal. Trotzdem ein unbekanntes Königreich. Kohle, Kohle ist immer gut. Fields of Agro-Mass. Der Spaß könnte sich aber ruhig mal wieder auffüllen. Alles zu weit weg. Ich fliege mal mitten auf das Königreich drauf. Und guck mal, was dann in Reichweite ist. Mal schauen, was die von uns wollen. Der geneigte Zuschauer dieser Serie, vor allen Dingen das live angespielt, weiß, wir müssen für neue Verbündete immer irgendetwas tun. So, Kohle-Deposite. Alles zu weit weg. Komm schon. Jetzt aber reichlich Kohle. Vielleicht liefern die dann, wenn sie mit uns verbündet sind, Kohle nach. Das wäre natürlich nicht schlecht. So, kann ich den Wald auch noch in Reichweite? Wahrscheinlich nicht. Oder doch? War es Minus zu weit weg. Gut, schauen wir erstmal, was das Königreich von uns möchte. Fields of Agro-Mass. Agro-Mass is surrounded by tiled land. So the fields sit wizard and untended. Wim is sick aussehens with their queen, to understand their plight and encourage their allegiance to our cause. Okay. Die Königin mal fragen, was wir da tun können. So, wir können auch noch Schätzen fragen, Blueprints, oder wir können mit dem Händler sprechen und Waren tauschen. Jetzt interessiert mich aber erstmal, was wir hier für Blaupausen kriegen können. So, hier müssen wir dann zwar immer noch erforschen. So. Wasser-Kondensierer. Einfach aus der Luft gibt's Wasser. Das ist gut. Ach, zehn von diesen Artefakten braucht man dafür. Die Farm. Ähm, so. Essen gegen Wasser. Da müsste ich eigentlich schon den Kondensator und die Farm nehmen. So, Propeller können wir noch nehmen. Joa, ich hab eigentlich genug Geschwindigkeit, oder? Was macht der Glasschmelzer? Der transformiert irgendwas in irgendwas. Nicht in der Nähe von Arbeitern. Achso, aus Quarz. Und was macht das Minarett? Das Minarett sorgt für Stimmung. Ah, okay. Das erhöht die Zufriedenheit der Leute in einem kleinen Radius. Der Glasschmelzer kostet ja nur zwei. Den nehm ich. Und das Minarett nehm ich. Und jetzt wollen wir natürlich mal wissen was die Königin für Aufträge hat. Wie können wir wohl ihre Gunst erlangen? We speak to the Queen whose mind is troubled. The water tables underneath Agromas have stopped flowing. Turning all nearby water brackish. Her crops once the pride of the empire can barely feed her own people. Sie können sich kaum noch ernähren. Mit der Wasserversorgung stimmt was nicht. Dann weiß ich schon was wir machen müssen. This underground water is churned by a pump. Built by the ancient airborne kingdom at the fruit of the flow. It may need repair but any brave party she sends cannot cross the barons to find it. Okay. Irgendwie das das ursprüngliche airborne kingdom hat da irgendwelche Pumpen mal gebaut. Da muss wahrscheinlich was repariert werden. aber sie hat nicht die Möglichkeit ihre Leute dahin zu schicken. So. Okay. Wo die Pumpen sind hat die Königin mir auf der Karte markiert. Und ja. Wenn sie unseren Vorhaben das große Luftkönigreich wieder aufzubauen sich anschließen sollten und uns Glauben schenken mag dass wir das können müssen wir ihr zeigen dass wir hier den ganzen Klimpen reparieren und instand halten können. Das kriegen wir doch bestimmt hin. So. Wir haben Kohle wir haben Essen wir haben Wasser schaut doch eigentlich ganz gut aus. So. Wo sind die Wasserpumpen? Da unten. Boah. Irgendwo da unten. Südosten und zwar ganz schön weit. Das machen wir natürlich. in aller Gemütsruhe wir haben ja Zeit. So. Die neuen Gebäude kann ich sowieso noch nicht bauen. Was habe ich denn gesagt was ich als nächstes machen möchte? So. Propulsion wird gerade erfüllt. Storage ich wollte was wollte ich denn? Äh Basic Maximum Possible Speed Ich möchte dass mehr Kohle aufbewahrt werden kann. So. Mal schauen. Hier unterwegs noch irgendwelche Ressourcen erblicken. So. Warenhaus mal gucken wo ich gleich den Schmelzer hinbaue. Ich habe da schon eine Idee. Ganz schön viel Wald da hinten. Wo kommen wir denn da nahe noch ran? Also ihr seht da wo Wasser sein soll da liegt hier ein schöner Orient Teppich. Auch eine interessante Idee. Das passt passt von der Richtung gut Gut. Ich bin nahe genug ran um ein bisschen mitzunehmen von dem Holz. Wohl wohl eher nicht. Machen einen kleinen Abstecher hier rüber weil ich natürlich die Ruinen einstreichen möchte. So Ressourcen geht auch nicht mehr. Ich könnte Ressourcen wegwerfen. Möchte ich aber ehrlich gesagt nicht. Hier kann man noch ein paar Häuser bauen. Schlucks. So da braucht ein bisschen Platz. So wir können weiter forschen. Was habe ich gesagt? Ich möchte gerne 64 Stunden dauert das. Ist egal. So einige Relikte wurden gefunden. Dann weiter Richtung Südosten oase leere oase und Möchte aten. Tja, die Bases ist tatsächlich leer. Die auch. Wasser wäre schon gut. Das war ja auch von The Wandering Band. Die Produzenten von Airborne Kingdoms haben schon angekündigt. Verschiedene Biome, mit verschiedenen Ressourcen und auch Gebiete, in denen es nicht viel oder gar nichts zu holen gibt. So, alle Flieger im Einsatz. Schick sieht's aus, oder? Wenn ich bedenke, dass ich nachher 150 Hütten brauche, ist schon ordentlich. Food Storage ist voll. Was denn hier? Unbekannte Ruine. So, wo sind wir? So langsam kommen wir in das Suchgebiet. Da müssen wir natürlich den ganzen Weg noch zurück. Das werde ich dann aber möglicherweise für euch abkürzen. Ich weiß auch nicht genau. Das ist tatsächlich die Wasserpumpe, die wir gesucht haben. Obwohl wir das gar nicht gedacht haben. Gut, dass ich mir alles angucke. Ansonsten wären wir vielleicht dran vorbeigeflogen und völlig irregeführt worden. With some brief study, our workers believe they can fix it with some resources. You must find resources and send workers to the task. Ah, ich brauche 20 Holz dafür. Alles andere habe ich. Build more hangars. Nur 20 Holz. Vielleicht doch besser mal keine. Keine, 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 sind die Ruine geblieben? Da. So, sicket. Essen haben wir voll. Das bedeutet, wir schicken alles, was geht, hier in den Forest. Moment, wir irgendwie 20 Holz zusammenkriegen. 3 plus 2. 0 from forests. Ist doch ein Forest hier. Er baut das ab, ohne dass wir welches dazukriegen. Das ist, weil das Lager voll ist. Jetzt kann ich dir mal wegwerfen, hier. Öhm. Aber schön, wenn hier noch drin steht, wie viel man davon hätte, ne? So, jetzt habe ich 27 voll. Interessant. Gut. Zwei Arbeiter in die Ruinen. Habe ich die frei? Jawohl. Wir senden unsere Arbeit mit den Supplies und warten nebenher, als wir hoffen, dass sie die Probleme lösen können. Okay. Wollen wir mal hoffen. Ah ja, hier. Repair the water pump. So, noch ein bisschen Holz. So, hier in dem Wald haben wir komplett vernichtet. Machen wir hier noch einen Housing Block hin. In der Nähe nichts mehr. Aber noch hier Nahrungsmittel können wir noch. Das ist es aber auch. Jetzt müssen wir wirklich abwarten. Ist die Pumpe repräsentiert. Wir müssen mit dem Wasser aufpassen. Das ist wirklich sehr ungünstig. So, wir brauchen noch ein Warenhaus. Und noch einen Wasserturm. Für mehr Vorräte. Dann brauchen wir auch bald wirklich wieder welche. Nicht, dass ich das Spiel hier noch verliere. Ich denke, das kann man so schön gemütlich spielen. So, wie sieht's aus. Schaffen wir's mit der Wasserpumpe. Kann man weg, ihr Wolken. Da. Man muss sagen, es dreht sich immer so, dass ich's nicht sehen kann. An den ausgetrockneten Oasen, wo ich gerade vorbeigekommen bin, gibt's gleich auf dem Rückflug wieder Wasser, sodass meine Einwohner nicht verdursten müssen. Das ist toll. Wir müssen zurück nach Agro-Mars und sprechen mit der Queen. Und sehen, ob unsere Erfolge haben gelesen, in revanchinating der Fames. Ja, wir müssen zurück nach Agro-Mars. Ob das so ausgesprochen wird oder nicht, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Und ja, ob's das dann schon gewesen ist oder ob wir da noch mehr machen müssen oder noch mehr Aufgaben erfüllen müssen, um einen weiteren Verbündeten zu bekommen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann lasst auch gerne ein Abo da und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Einesweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.